Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibaufgabe zu der Prüfung Deutsch-Test für Zuwanderer. Im heutigen Video schreiben wir eine E-Mail zusammen. Das Thema ist eine Einladung zum Ausflug. Wir schauen uns zuerst die Aufgabe an. Sie möchten Ihren ehemaligen Kollegen Mustafa Can und seine Frau Ayshe zu einem Ausflug einladen? Schreiben Sie eine E-Mail. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben. Ziel. Wo und wann Sie sich treffen wollen. Was Sie mitnehmen sollen. Nun schreiben wir zusammen. So, wir haben die Namen. Da können wir sagen, lieber Mustafa, lieber Ayshe. Dann schreiben wir etwas zum ersten Punkt. Grund für Ihr Schreiben. Da können wir sagen, Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich schreibe euch diese E-Mail, weil ich euch zu einem Ausflug einladen möchte. Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich schreibe euch diese E-Mail, weil ich euch zu einem Ausflug einladen möchte. Dann haben wir unseren zweiten Punkt. Ziel. Da kann man schreiben. Wie wäre es, wenn wir einen Tag am Eibsee verbringen? Dort gibt es Wanderwege und Picknickplätze. Wir könnten sogar im See baden. Dann haben wir unseren dritten Punkt. Wo und wann Sie sich treffen wollen. Da kann man sagen. Am Samstag ist das Wetter am besten. Was haltet ihr davon, wenn wir uns um 9 Uhr am Hauptbahnhof treffen und mit dem Zug fahren? Wir könnten auch mit dem Auto fahren. Was denkt ihr darüber? Am Samstag ist das Wetter am besten. Was haltet ihr davon, wenn wir uns um 9 Uhr am Hauptbahnhof treffen und mit dem Zug fahren? Wir könnten auch mit dem Auto fahren. Was denkt ihr darüber? Dann haben wir unseren letzten Punkt. Was sollen Sie mitnehmen? Da kann man schreiben. Da kann man schreiben. Bitte denkt daran, bequeme Kleidung und Schuhe mitzubringen. Außerdem wäre es toll, wenn jeder etwas zum Essen und Trinken mitbringen könnte, damit wir ein Picknick machen können. Wir schließen ab. Ich freue mich auf eure Antwort, liebe Grüße und wir brauchen einen Vornamen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.